Hallo und herzlich willkommen beim kleinen Vorgestellt von Kain, dem Samen Seeds of Civilization. Es ist wirklich ein kleines, niedliches Spiel und es ist so ein schönes Spiel für einen Abend, um mal ganz in Ruhe was zu bauen. Es ist wirklich ein tolles Spiel mit einem sehr interessanten Konzept, aber bevor ich euch das hier erkläre, gehen wir einfach direkt rein ins Spiel. Das ist euer Denker und das ist im Prinzip die Hauptperson und ihr startet das Spiel in einem Haus. Ihr könnt zum Beispiel hier auf der Seite so ein bisschen die Starting Conditions verändern und so ein paar Sachen machen. Das gucken wir uns jetzt aber nicht an. Wir gehen hier hinten zur Karte und da könnt ihr euch angucken, wo ihr dann startet. Grundsätzlich ist das Ganze ein Aufbauspiel, allerdings ein etwas anderes Aufbauspiel, aber die speziellen Sachen dazu gucken wir uns dann gleich im Spiel an. So, ihr habt diese ganzen Karten hier und ihr habt eine ganze Menge schon, die ihr spielen könnt und ich würde einfach mal Skylines, ja wir können Flatlands oder hier spielen. Wir nehmen mal Skylines in den Flatlands und dann geht ihr die Treppe runter und in dem Moment, wo ihr da raus geht, startet das Spiel. Okay, also da hier die Zeit läuft, gehe ich jetzt erstmal in die Pause und dann kann ich euch erstmal in Ruhe das User Interface erklären. Im Zentrum des Spiels und das ist das Interessante an diesem Spiel steht der Denker. Der Denker ist eine alte Person, die ihr unter allen Umständen beschützen müsst. Es können hier nämlich auch Angriffe passieren, sonstige Dinge. Das ist hier ganz wichtig. Dieser Denker erforscht für euch neue Technologien. Das ist im Prinzip, ja, also ihr könnt euch das wirklich vorstellen wie vor vielen tausenden Jahren. Du sitzt gemeinsam am Feuer und denkst dir, es wäre doch cool, wenn ich jetzt ein Haus hätte. Und dann machst du dir Gedanken und erfindest ein Haus. Und dann ein paar Tage später denkst du dir, es wäre cool, wenn ich jetzt auch noch was zu essen hätte. Und dann erfindest du eine Bäckerei. Und so läuft das mit den Denkern auch ab. Es gibt bei diesem Spiel 140 Technologien in einem nicht bekannten Technologiebaum. Und der Denker erfindet diese Technologien abhängig davon, in welcher Karte ihr startet, mit welchen Missionen ihr startet, wie ihr vor allen Dingen auch spielt und so weiter und so fort. Das heißt, jedes Spiel ist hier einzigartig. Ihr habt niemals zweimal oder beziehungsweise es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr zweimal das gleiche Spiel habt. Und hier oben seht ihr den Denker. Hier seht ihr so ein paar Infos. Sand zum Beispiel, wo wir gerade mit der Maus drüber sind. Dadurch, dass wir jetzt im Pausenmodus sind, wird sich das nicht ändern. Menü. Und hier seht ihr so ein paar Sachen, so ein paar Tipps. Hier unten auf der Leiste, das ist so ein bisschen, es heißt ja Seats of Civilization. Das könnt ihr als die Timeline eurer Zivilisation sehen. Am Anfang steht eure Zivilisation im Prinzip nackt da. Ihr könnt euch das vorstellen, ihr seid ein alter Mann mit, keine Ahnung, einer kleinen Truppe an Leuten und ihr seid jetzt in eine Wüste gezogen. Und jetzt baut ihr euch erstmal eine Campfire und setzt euch da hin. Und dann denkt ihr euch, was könnte man machen? Ein Haus bauen. Dann kommt der Typ auf den Gedanken eines Hauses und ihr könnt Häuser bauen und den Rest gucken wir uns jetzt mal an. Und ihr merkt schon, ich finde das Spiel tatsächlich ziemlich cool, weil es mal wirklich ein ganz anderes Konzept von Aufbauspiel ist. Nicht wie im alten Mesopotamien zum Beispiel. Also gibt es viele Spiele, die das machen, aber irgendwie ist das Konzept irgendwie immer das gleiche. Aber dieses Spiel ist wirklich von Konzept ja ganz anders. Das heißt, wir bauen jetzt uns hier ein Campfire hin. Dann sehen wir hier oben die Ressourcen. Wir bräuchten zum Beispiel ein paar Häuser und hier sehen wir schon eine Riesenspinne. Ja, die dreht hoffentlich jetzt weg. Mmh, toll. So, Inspiration Gained. Das heißt, ihr seht jetzt, der Typ ist jetzt hier. Achso, es gibt übrigens auch riesige Holzspinnen, die hier rüber laufen. Also das ist hier nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen vor 6000 Jahren. Und jetzt gucken wir mal hin, was dem Typen eingefallen ist. Häuser. Mensch, als hätte ich es gewusst. Und ihr seht hier unten die Protection. Ihr seht zum Beispiel, die Isolation wird immer besser. Beispiel bei einem Clay Home, also einem Haus mit so einem Lehmzeug. Außen dran ist es schon mal besser als hier. Und ihr seht zum Beispiel hier auch die Größe 2x2, 2x2 und die Kapazität. Dazu brauchen wir allerdings logischerweise Clay. Das haben wir nicht. Hierzu bräuchten wir einfach nur Rät. 3x2, hier 2x2, ich würde das tatsächlich erst mal benutzen. Der hat Living Wards. Grows Bamboo behind the houses, but only on rain fertile soils. Was heißt das? Wenn ihr das baut, dann bekommt ihr da sogar noch ein paar Rohstoffe. In dem Fall Bamboo. Ich glaube Bambus. Und das allerdings nur auf dem passenden Boden, also in der Wüste definitiv nicht. Hier habt ihr noch ein paar andere Sachen. Ich würde aber tatsächlich erst mal das hier bauen. Das ist zum Beispiel, hat zum Beispiel die größte Regen Protection. Wenn ihr in einem Gebiet baut mit viel Wind und Schnee, dann braucht ihr auf jeden Fall das Clay Home. Also da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, schon am Anfang. Aber ich denke, wir werden mal die Idee haben eines Thatched Houses. Hey, wir hatten ja eine Idee. Cool, oder? Und dann bauen wir uns das Ding mal und wir setzen uns einfach mal hier zwei hin. So. Und dann fangen unsere Leute an, die zu bauen. Es ist die Frage, wo holen sie denn diese Rohstoffe her, die sie haben? So, wir sehen hier unten die Arbeiter. Das sind jetzt vier Arbeiter. Eideln tun gerade null, weil die hier alle am Bauen sind. Dann sehen wir daneben das Claim a Land. So, das zeige ich euch mal. Nein, wir können da drauf gehen und uns neues Land holen. Oh Gott, da kommt ja schon wieder so ein riesiges Tier. Das ist ja der Wahnsinn. Und bei diesem Claim Land holen wir uns, wie der Name schon sagt, im Prinzip das Land dazu. Ja, that's it. Make area to claim resources and land. Und ich würde tatsächlich mal so grob in diese Richtung gehen. Alter, rennt ihr euch unser Haus durch? House complete. All buildings included. Houses need one person to operate. House are producing more people, if... Okay. Also, ja. Da wird, ähm... Da werden Menschen produziert. Ich drück's mal nett und vorsichtig aus. Ich drück's mal kindergerecht aus. Da werden Menschen produziert. So, was macht der Typ jetzt hier? Ist das hier dumm? Äh, ihr wisst, glaub ich, was ich meine, hoffentlich. Ja, ist ja... Hat der Typ von den Tod getrampelt gerade? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Wir sollen übrigens, wir sollen übrigens vier Häuser bauen. Da werden wir gleich nochmal ein neues bauen. Sollen auch ein paar Häuser rotieren. Ihr habt's gesehen. Wir bauen die mal dahin. Und einmal dahin. So. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Ihr seht hier an der linken Seite die Liste der Sachen, die wir gemacht haben. Ein Haus wurde gebaut. Resource totem was built. Das ist in dem Fall hier in dem Bereich. Das ist gut. Dann haben wir ein bisschen mehr Holz und vor allem ein bisschen mehr Grünzeug. Wir haben jetzt Wasser und sowas. Dann würde ich tatsächlich hier oben in diesen Bereich nochmal gerne gehen, weil es hier... Weil es hier Rät gibt oder, ähm, ja, Weizen, wie man es auch immer nennt. Und wie gesagt, immer ganz wichtig, den müsst ihr beschützen. Das ist der alte Mann. Der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Current and Increased Intensity of Events 1. Okay. So, was haben wir hier? Bringt der uns irgendetwas? Das sieht nicht so aus, ne? Na, dann ignorieren wir den erstmal. So, die Häuser werden gebaut. Dann haben wir das. Und getter Food Resource. Wie machen wir das? Der Typ muss einen Einfall haben. Jetzt sagt er uns schon, hey, wir haben kein Essen. Sehr interessant bei dem Spiel ist auch, dass die Reihenfolge dessen, was passiert, ähm, oder was gemacht wird, immer hier steht. Was meine ich damit? Hier steht zum Beispiel bei den Häusern ganz unten, Takes and Produces. Da steht bei den Gebäuden immer dabei. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Das heißt, er nimmt Essen und produziert damit Menschen. Das ist also ganz wichtig. So, jetzt haben wir zum Beispiel das Problem, dass wir kein Essen mehr haben. Deswegen können wir keine Menschen mehr produzieren. Ähm, ich habe bisher noch nicht gesehen in dem Spiel, das kann auch daran liegen, dass ich vielleicht nicht lange genug gespielt habe, dass hier jemand gestorben ist. So, jetzt gehen wir erstmal mit ihm rum. Und hier hinten zum Beispiel hätten wir noch irgendwas. Und dann nehmen wir uns mal zwei Typen mit. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendjemand stirbt. Ah ja. Da scheint er jetzt einen Einfall zu haben. Da guckt er sich was an und ich hoffe, er hat einen guten Einfall. Oh, sehr schön. Da war also irgendwas auf der Karte. Das hat er sich angeguckt und er hat eine Inspiration gehabt von. Oh, sehr cool. Einer Bakery. Oder, oh, wir könnten jetzt auch haben. Oh, das ist natürlich interessant. Placed on Grass on Fertile Soil. Hm. Bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist Dried Grass. Also Gras hatten wir. Das ist matt, also so Schlamm. Da hat er also, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, der hat da hingepinkelt. Der Typ, der hier gerade lang gelaufen ist. Deswegen haben wir hier matt. Aber wir hätten ja hier Dried. Aber es ist halt ausgetrocknetes. Hier hätten wir Fertile Soil. Das ist halt Dried Grass. Hier haben wir aber so kleine Felder. Das sind nur maximal so zweimal zwei Felder kriegen wir da hin. Wir gucken nochmal, was der gute Denker für einen Einfall hatte. On Green Grass Tiles. Okay. Das steht hier unter. Can only be placed on Green Grass Tiles. Und das ist ein Attachment. Das zeige ich euch auf jeden Fall gleich nochmal. Ich denke, wir werden mal tatsächlich die Bäckerei nehmen. Wir haben hier einfach kein grünes Gras in der Reichweite unserer Stadt. Oh, da hinten gibt es einen Ort. Oh, da müssen wir vorsichtig sein. Da können wir uns hinterher mal vorstellen. Dann nehmen wir die Bäckerei. So. Sehr cool. Der Bäckerei können wir jetzt übrigens jene welche Ressourcen zu Broten herstellen oder umwandeln. Und deswegen werden wir die erstmal nehmen. Aber ihr seht, da unten, wir brauchen hier Clay. Wir haben aber tatsächlich schon 22 Clay nearby. Sehr gut. Na, es wird erstmal zwei bauen. Und ihr seht jetzt, die werden wirklich angedockt an ein Haus. Das finde ich eine unheimlich coole Sache, muss ich sagen. Okay. So, wir gucken uns mal die Karte an, was wir noch so haben. Einen kleinen See. Oh, hier gibt es ein Gewitter. Ei, 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 ei. Ei, vielleicht sollten wir uns, ich weiß gar nicht, ob wir uns ins Haus zurückziehen können. Okay, das sehen wir dann gleich. Get the food. Uh, das ist böse. Ach, okay. Ich hoffe, es regnet mal. Dann könnten wir vielleicht sogar das grüne Gras hier haben. Okay, sehen wir dann. No foods, bakery built. Sehr schön. Jetzt seht ihr in der Bakery, da geht jetzt einer rein und arbeitet. Das ist das, was wir hier unten sehen. Ihr habt ja am Anfang gesehen, ein Haus braucht einen Arbeiter, damit da Leute produziert werden. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Haus, da ist einer drin und produziert Menschen mit Essen. Das klingt jetzt doof, aber das ist so. Der macht das auch alleine irgendwie. Keine Ahnung wie. Ist halt lange her. Haben die Menschen auch anders funktioniert. Jedenfalls in der Bäckerei kann jetzt einer rein und der nimmt sich Reet und macht damit Essen. Und dieses Essen benutzt dann wiederum das Haus, um damit neue Bevölkerung zu produzieren. Ihr seht es jetzt, food nearby, nearby für eure Leute. Und da wird jetzt mit der Zeit dann hier irgendwelche, ihr seht es, zack, eine Nahrung raus, eine Person mehr. So, und jetzt habt ihr hier euren Idle Count. Das sind eben die Leute, die nichts zu tun haben. Sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sollte maximal so einer sein. Aber vier mehr können eh nichts tun, weil sie eh nichts zu essen haben. Wir könnten jetzt noch ein paar Bäckereien ransetzen, aber das passt. So, jetzt haben wir hier hinten eine neue Eingebung. Schicken wir mal unsere Truppe da mal hin. Dann gucken wir mal, ob wir da was Schönes finden. Oh ja, sehr gut. Da ist unser Denker gerade gleichwürter aktiv. Der hat, der denkt jetzt über irgendwas nach. Research a landmark. Festival construct enough landmarks. Host a landmark festival. Ja, also wir können noch ein paar Landmarks machen oder ein paar bisschen uns was holen an Sachen. Ich würde tatsächlich hier in diese Richtung weitergehen, damit wir hier genügend Gras bekommen. Oder in dem Fall ist das, glaube ich, irgendwie so wie Weizen oder so. A demand has been made. A neighbor tribe is demand something. Left click on the demand table to see what they want. Select a brave and right click on the table to order them to fulfill the demands. Ja, okay. Ja, verstanden. Ich könnte das natürlich auch einfach ignorieren. Ich habe so die Befürchtung, dass das nicht klappt. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was der hier. Ein Clay Pit. Ein Redfield Storage. Protect resources from degrading in the elements. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Aber es ist alles drei cool. Ein Clay Pit. Könnten wir benutzen, um Clay zu produzieren. Damit könnten wir das Redfield stopfen. Aber ich denke, wir nehmen erstmal das Storage. Das finde ich erstmal gut. Und das bauen wir einmal dahin. So, jetzt seht ihr vielleicht, was gemeint ist mit der Entwicklung. Ja, ihr seht hier wirklich auch die Entwicklung eurer Zivilisation. Wie es sich hier weiterentwickelt. Researcher Landmark Festival. Gut, das müssen wir jetzt noch machen. Da müssen wir jetzt also rumlaufen. Und einfach gucken, dass wir hier genügend... Oh, jetzt hat er schon wieder eine Idee. Snails Becken. Ein Redbonfire. Oder Skylines. Draw four massive lines on the ground that can be seen most clearly from the sky. Pop required Karma 2. Wir haben null. Wir haben zehn Leute. Hier brauchen wir ein Karma. Oder bringt das ein Karma? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Reroll at the cost of Karma, das wir nicht haben. Hm. Ach, schwierig. Festival. Ja, wir sollten ja ein Festival machen. Wir nehmen mal das hier. Dann setzen wir das einmal nach da. So. Was kostet uns das? Steht nicht mehr hier. Müssten wir aber eigentlich... Ja, wir müssten das eigentlich alles haben. Jetzt machen wir auch mal das Lager fertig. Dass wir da vor allen Dingen auch Sachen speichern können. So. Äh, eine Geschwindigkeitsänderung gibt es hier übrigens jetzt erstmal nicht. Und der Typ hat schon wieder einen Einfall? Nee, aber dann nicht. Müssten wir mit ihm vielleicht mal irgendwo hingehen. Oben ist irgendwas. Jetzt gibt's... Oh, jetzt wird's windig. Ist ja gut, dass wir unser Lager noch nicht fertig haben. Na toll. Jetzt ist es fertig. Sehr schön. So, er ist da unten am Bauen. Er kann sich da... Er soll sich da hinsetzen? Ist das richtig? Ach so, das ist die... Ah, okay. Ja, ich sehe, das ist die Anforderung. Die wollen Clay haben, Locks. Nix. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. So, und jetzt gibt's ein Festival. Da bin ich mal gespannt, was das macht. Na, Pops. Elf von acht needed. Ja, dann würde ich sagen... Wir machen mal ein Fest. Und gucken, was uns das bringt. Da bin ich mal gespannt. Einmal hier rum, Leute. Und einmal... Wow. Sieht schon cool aus, oder? Ich frage mich gerade, woher die das Fleisch haben, obwohl wir nur eine Bäckerei haben. Oder sieht das nur so aus? So, er hat auch irgendwas gehabt. Capacity reached. Ja, wir müssen mehr... Komm mit. Nein! Nein! Die greifen uns an! Scheiß! Ben Kleister! Oh nein! Oh mein Gott! Alles nur, weil wir den Kram nicht von denen bezahlt haben. Oh nein! Oh Gott, bringt den Typ in Sicherheit. Unseren Denker. Wenn der tot ist, ist alles vorbei. Los weg hier. Komm los ab hier. Und solltet ihr kriegen das hin. Oder auch nicht. Würdet ihr mal angreifen hier? Ja, Messer! Oh nein! Scheiß, Kleister! Oh Gott! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja! Tinker hurt it. Nein, jetzt habe ich meinen Typen verloren. Rosa. Oh mein Gott. Gut. Gut. Also, ich glaube, ihr habt gesehen, wie das Spiel funktioniert. Ihr seht, dass es schon echt schwierig ist. Also, es gibt ja wohl nichts. Dann wollen die auch noch am Anfang was von uns haben. Ist ja unglaublich. Also, ihr seht, wie das Spiel funktioniert. Ich finde es richtig klasse. Ich finde es richtig toll. Und, ähm... Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und dass es so schnell endet, also wirklich, habe ich nicht mit gerechnet. Ganz ehrlich. Also, guckt es euch mal an. Ich finde es cool. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategien. Ciao, ciao. 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 Ciao.